Musik He's coming. Das ist ein Kontratanz und er wird im Kreis getanzt. Die ersten 8 Schritte. Ein Shuffle vorwärts mit rechts und dann mit links. Den rechten Fuß nach vorn, den linken ran, den rechten Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn, den rechten ran, den linken Fuß nach vorn. Jetzt machen wir eine halbe Drehung nach links. Wir setzen den rechten Fuß nach vorn, eine halbe Drehung nach links. Und wenn wir die Drehung nach links gemacht haben, setzen wir gleich unsere linke Ferse vorn auf. Und wenn man beim Tanz einen Hut auf hat, ist der 8. Takt den Kopf runter und die Finger am Hut. Und das Ganze noch einmal. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Diese 8 Schritte werden noch einmal getanzt, nur spiegelverkehrt, also mit links angefangen. Den linken Fuß nach vorn, rechts ran, links nach vorn. Jetzt ein Shuffle mit rechts, rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn und machen eine halbe Rechtsdrehung. Setzen die rechte Ferse vorn auf, wieder den Kopf runter und Finger am Hut. Und diese 8 Schritte, beziehungsweise 16 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß auf. Jetzt machen wir 1 Kaff mit links und setzen den linken Fuß etwas links ab. Jetzt folgt wieder 1 Kaff und den rechten Fuß etwas nach rechts absetzen. Noch einmal mit links und noch einmal mit rechts. Ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles voll vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die letzten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß hinten weit hinten ab und ziehen den linken Fuß an den rechten ran. Das geht bis Takt 4. Und jetzt folgt noch zum Schluss ein Grittwein nach rechts. Den rechten Fuß zur Seite, den linken dahinter. Den rechten Fuß zur Seite. Und den linken Fuß neben den rechten absetzen. Das Gewicht ist jetzt auf dem linken Fuß. Und diese letzten 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und man sieht jetzt schon, wenn wir den Grittwein nach rechts machen, haben wir nicht mehr unseren Partner, sondern bereits einen neuen, womit wir den Kontratanz tanzen können. Und jetzt noch einmal alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt beginnt der Tanz von vorn. Und jetzt beginnt der Tanz von vorn.